guten morgen trader es ist freitag und wir haben zeit in die märkte zu schauen ich sehe gerade hier bei mir auf facebook da muss ich noch mal das büro ein bisschen in ordnung bringen aber gut das ist jetzt wie es ist der blick in die märkte ist wichtiger wir schauen jetzt hier auf schweizer franken japanisches yen euro schweizer franken und das währungspaar neuseeland dollar singapur dollar und dann natürlich zum freien wie immer der blick in die weiten märkte das heißt die indizes sind dran dao und dax und s&p gerne auch der euro wenn wir mögen ins wti also einfach rein hier in die entsprechenden chatfelder und die fragen beantworte ich sehr sehr gern wir machen weiter hier an dieser stelle natürlich erst einmal mit dem risikohinweis sie wissen es der handel mit devisen und cfds auf margin der kann zu verlusten führen das ist wie es ist das gehört zum trading auch dazu wie bei jeder unternehmung wir schauen heute natürlich auf ein paar handelsideen das hatte ich gesagt der große wochen rückblick wir checken die nachrichten da ist diese woche nicht ganz so viel passiert aber es gab durchaus das ein oder andere sehr sehr wichtige was die märkte doch zu einem freudensprung bewegt hat ich sag nur usa china gucken wir gleich und dann geht es im now how teil um das thema day trading teil 2 so gelingt der erfolg da gehen wir heute ein bisschen drauf ein welche dinge ein händler auf dem weg zum erfolg erwarten ich plaudere da wieder ein kleines bisschen aus dem nähkästchen das jetzt in kürze nachdem wir alles durch haben ich kriege gerade noch die frage den euro us dollar nun klar claudia den gehe ich auf alle fälle gleich mit an der läuft ja auch so richtig genial also herrlich ich bin total happy wie die börse uns hier die gefallen tut und das zu spielen was wir geplant haben ist ja leider nicht immer so aber deswegen warten wir ja auch auf unsere signallagen wir gucken mal kurz auf die termine wir haben aus china nachrichten bekommen die sind besser ausgefallen als erwartet wir sehen hier schöne grüße schöne grüne zahlen wir sehen es hier bei den exporten und importen die sind deutlich besser ausgefallen als die analysten das erwartet haben und die handelsbilanz ist gewachsen und zwar mehr als erwartet das sind denke ich mal ganz gute nachrichten das wir heute noch bekommen haben es ist um 8 uhr die handelsbilanz von deutschland auch die weiter gewachsen das heißt hier schön positiv das was gibt es heute noch 11 uhr das treffen der eu-finanzminister und dann am nachmittag aus den usa wir sehen es hier um 16 uhr die uni michigan ist dran mit den konsumentenerwartungen und dem verbraucher vertrauen das an dieser stelle wichtig für na wofür denn natürlich für das was die bürger in den usa an geld zur verfügen haben ob sie es ausgeben oder nicht und wenn da die dinge grün sind alles im grünem bereich dann ist das gut für die us-wirtschaft die verbraucher geben geld aus die unternehmen verdienen gutes geld also alles fein das hören wir dann heute um 16 uhr und am abend dann da wird sich auch der martin freuen guten morgen auch martin von meiner stelle mein kollege der trader kollege der macht nämlich jeden freitag auch den blick in die cot reports und zieht seine handelssignale drauf martin dich lade ich übrigens auch mal ein in unser webinar hier morgens da machen wir mal was zusammen freitag checken wir mal ein bisschen was was COT technisch gehen könnte und das gucken wir uns heute um oder nicht wir aber jeder der mag kann das ganze anschauen heute um 20 uhr 30 gibt es die daten die kommen sonst immer ein bisschen später aber gut was soll es da ist eh fast wochenende für uns und der rest kommt nächste woche das also die nachrichten für die laufenden tag also für heute und damit gehen wir jetzt mal rein in die charts und die handelsideen und da schauen wir zuerst auf das währungspaar euro schweizer franken hatten wir wie immer auch schon öfter auf der uhr gehabt das letzte was wir hatten war eine recht interessante geschichte nämlich die als wir hier diesen blau markierten aufwärtstrend gebildet hatten zwar nur mit spikes aber der markt ist über dieses hoch gelaufen bei 1 10 1 86 und hat genau hier in diesem wichtigen widerstand aus diesem abwärtstrend hier oben raus das ist auch das große bild der woche da hat er halt gemacht das heißt der deckel war da oben drauf im widerstand bei 1 10 6 und dieser deckel hat es echt in sich warum als wir hier an dieser stelle das letzte mal über diesen chart gesprochen haben da haben wir so ein bisschen geliebäugelt mit diesem hier kleinen dünn markierten aufwärtstrend wir sehen es der markt hat hier getrendet hat höhere hochs und höhere tiefs gemacht und hat uns den gefallen getan hier so ein schönes ansteigendes dreieck zu geben und dieses dreieck in der verordnung wo es jetzt ist ist häufig ein zeichen doch für bullische aktivitäten aber denkste hier ist mal wieder ein sehr schönes zeichen dafür zu sehen warum wir abwarten sollen bis ein signal auch kommt bis so ein handelssignal oder ein formation dieser art und weise wirklich aufgelöst wird und nicht versuchen dem markt irgendwas vorweg zu nehmen klar es ist einfacher das ist doch geil wenn man schon hier unten rein geht und dann beim obenschub dabei ist natürlich das ist schön aber das ist gambling das wollen wir nicht wir brauchen feste strategien und die strategie bei so einem dreieck heißt halt ganz klar wir müssen oben drüber dann haben wir die long situation aufgelöst wir haben nämlich auch ein starkes risiko das risiko dass der markt nach unten durchbricht und was ist passiert der markt ist durchgebrochen der widerstand hier oben der war einfach zu dolle und damit hat es geknallt nach unten hin punkt hier haben wir inzwischen wieder getestet den widerstand an den unterstützungsbereich hier unten das aktuelle korrektur tief was wir hier hatten um die marke von 109743 das haben wir da und wenn es jetzt hier zu einem abprall kommen sollte und der markt sich doch noch überlegt ja gucken wir mal nach oben testen wir den widerstand hier oben nochmal na klar dann haben wir natürlich kurzfristig auch ein paar chancen zur oberseite hier hier haben wir schöne spike hochs liegen und diese spike hochs ich gehe mal kurz in die stunde da gucken wir uns die spike hochs mal an diese spike hoch sind tata wie sollte es anders sein trend hochs im abwärtstrend vom euro schweizer franken das heißt wenn wir hier tatsächlich einen aufwärtstrend bilden der weiter oben reinläuft dann haben wir hier auf dem weg nach oben hin schon mal ein paar anlaufpunkte drinnen das ist hier namentlich genannt zuerst die marke von 110 155 und dann hier oben ein bisschen drüber die marke von 1 10 2 89 wir sehen hier oben noch ein bisschen andere sachen aber die ersten anlaufpunkte haben wir da weil wir müssen erst einmal dorthin kommen das ist schon eine umänderung der richtung weil wir haben ja die letzten tage auch gesehen der markt lief zwar hoch aber da wird einfach die luft zu dünn die händler haben dort kein interesse mehr zu kaufen und drückt immer wieder nach unten die höheren kurse werten momentan zum verkaufen genutzt und das ist doch ein deutliches zeichen dass der markt nicht hoch will und wenn sich dieses zeichen fortsetzt das heißt wir unter dieses tief dieser tageskärze hier laufen ja dann laufen wir unter dieses support level und was haben wir dann dann haben wir einen schönen gegentrend das heißt hier ging es runter hier ging es rauf und wenn wir das jetzt brechen was haben wir dann dann haben wir einen validen und richtungsführenden abwärtstrend und wenn wir uns das dann wieder anschauen dann haben wir erst einmal potenzial bis hier unten rein wenigstens in dieses tief dieses abwärtstrends den wir hier hatten dieses aufwärtstrends das ist bei der marke von 108 707 das ist das erste und das wäre dann sozusagen eine korrektur dieser sehr sehr weit gelaufenen bewegung dreht der markt komplett rum ja dann können wir schauen auf das bild was hier von oben kommt dann haben wir nämlich nur wenn wir uns mal diesen letzten bewegungsarm anschauen auf der woche eine ordentliche korrektur gesehen und wenn wir hier wieder rumdrehen tja was haben wir wenn wir uns die woche anschauen wir sehen es wir laufen ja seit geraumer zeit innerhalb einer außenkerze also innerhalb dieser außenkerze hier und wenn wir das ganze nach unten brechen dann haben wir diesen außenstab was ja eine starke umkehr kerze war bestätigt und dann haben wir das potenzial weiter nach unten zu laufen erst einmal hier richtung jahrestief das haben wir liegen jetzt muss ich mal kurz schauen das haben wir liegen bei 108 107 da unten liegt es und das potenzial ist dann da wenn wir rumdrehen und nach unten laufen und so wie es jetzt aussieht schaut mag der markt möglicherweise dieses szenario spielen wir warten ab kurzfristige trader schauen auf den rücksetzer wenn es unten drunter bricht dann kommen auch die mittelfristigen trader wieder ins spiel weil dann haben wir das potenzial auf der unteren seite definitiv auch mit da weiter geht's bei den währungen und zwar gehen wir jetzt mal auf neuseeland dollar singapur dollar wir sehen hier wieder den tageschart ich mache mal kurz noch die runden marken raus wie immer brauchen wir die hier bei den währungen nicht und hier an dieser stelle sehen wir auch mal wieder ein sehr sehr typisches verhalten wo der ein oder andere händler sich sagt hier gehe ich long zack runter hier gehe ich long zack runter der markt verarscht uns doch von vorne bis hinten entschuldigung für diesen ausdruck aber genau das ist es hier oben was hat der markt hier gemacht hier ist er drüber gelaufen hat den abwärts trend gebrochen hat korrigiert alles ganz normal alles schick schöne tiefe korrektur gewesen geht hoch macht ein neues hoch bildet also ein aufwärtstrend und dann elbash wieder nur veralbert das heißt wir haben hier oben drinnen definitiv im bereich dieses letzten korrekturhochs hier von diesem starken abwärtstrend um die marke von 0,87,350 das ist definitiv eine bank und die nimmt der markt gerade nicht so einfach an dieser stelle wir sehen es es wird recht schwierig und auch hier wurden höhere kurse immer wieder zum abverkauf genutzt und das zeigt uns wir sind sogar hier unten drunter gelaufen unter dieses letzte tief haben wir gestern noch ein tieferes tief gemacht ein höheres hoch ein tieferes tief das ist immer ein zeichen der markt ist doch deutlich unentschlossen aber für uns ist es jetzt hier wichtig die richtigen schlüsse zu ziehen weil wir sehen wenn der abverkauf von oben immer wieder deutlich kommt und wir hier unten was tieferes schreiben dann ist eher der druck von oben nach unten da das heißt an dieser stelle fangen die händler hier oben immer wieder an ab zu verkaufen und hier unten fängt der kaufbereich später an heißt dieses support level ist wichtig hier sind wir gestern drunter gelaufen wieder hochgedreht ein kurzfristiger abprall nach oben hin hier sehen wir wieder die swing highs aus dem abwärtsschub hier auf der stunde das sind dann anlaufmarken das ist die marke von 0,86,78 beziehungsweise hier die 0,87,190 das wären durchaus anlaufpunkte für die oberseite und wenn der markt so crazy bleibt wie er ist möglicherweise sogar noch wieder ein stück weit hoch keine ahnung aber fest steht eins da dieser bereich hier unten jetzt schon angeknackt ist haben wir doch auch eine gewisse wahrscheinlichkeit dass wir weiter runter laufen das heißt an dieser stelle setzt sich dieser abwärtstrend fort den wir auch unter stunde schön sehen dann liegt der nächste anlaufpunkt hier unten am jahrestief um die marke von 0,85,630 das sollten wir hier auf alle fälle auf der uhr haben und damit nochmal der blick hinein in die stunde und da sehen wir nämlich den schön laufenden abwärtstrend der ist da der ist valide der ist noch lange nicht zu ende und wenn er sich fortführt ja dann geht es hier unten drunter das trendtief was wir hier haben ist dann da und dann wie schon gesagt summe ich es mal kurz etwas näher dann ist der markt sozusagen weiter am laufen und der nächste anlaufpunkt den wir dann hier haben ist dann tatsächlich hier unten die marke von 0,85,630 das das hier dann definitiv im blick hier also es ist immer wieder schön zu sehen wie die untergeordneten trends laufen und uns anzeigen was der markt macht da kann man schön sehen wie sich die händler hier verhalten und wie schon gesagt trendbruch also sollte der markt einen abpraller machen muss er erst einmal hier oben drüber laufen dann haben wir den bruch dieses abwärtstrends dann haben wir hier auch einen nach oben trendenden markt und dann ist das der punkt wo wir wirklich die chancen haben hier in die korrekturhochs rein zu laufen und möglicherweise vielleicht sogar noch einmal den widerstand zu testen ja passiert das nicht dann wie schon gesagt der bereich nach unten offen und dann als drittes währungspaar für heute schweizer franken japanischer yen auch das wie immer erst einmal der blick in den tageschart hinein und da habe ich im blog auch schon geschrieben tut der markt uns momentan den gefallen ein dreieck zu machen wir wissen allerdings inzwischen muss bei dreiecken auch immer ein bisschen vorsichtig sein zumal wir hier an dieser stelle noch keinen neuen trend haben ja aber was wir haben ist erstmal eine hausnummer die uns der markt gegeben hat weil er hat hier unten ein tief geschrieben das heißt wenn wir uns diesen trend ich suche es mal auch hier etwas zusammen wenn wir uns diesen letzten trendverlauf hier mal anschauen dann haben wir hier das korrekturhoch hier unten haben wir nochmal ein neues tief gehabt das heißt dieser trend den wir hier haben der wurde erstmal rausgenommen durch eine sehr sehr starke und dynamische bewegung und hier in diesem bild so schön wie ich zusammen gesucht habe sehen wir auch das potenzial nach oben hin kommt der ausbruch nach oben ist der nächste anlaufpunkt hier dieses hoch um die marke von 1 10 8 1 0 das ist das hoch hier drüben das ist das was wir auf der anlaufseite nach oben haben bricht es drunter dann ist viel potenzial zur unterseite auch da ne jetzt zoome ich gleich nochmal näher ran hier an dieser stelle um das ganze etwas näher zu beleuchten das heißt die durchaus bullischen szenarien zeigen uns das bild hier was wir dann auch sehen aus diesem dreieck heraus hier haben wir das korrektur tief aktuell und wenn der markt tatsächlich oben drüber bricht der ausbruch dann haben wir im kleinen bereich erstmal hier das kleine mini zwischenhoch bei 110 2 liegen und dann das aktuelle hoch dieser starken aufwärtsdynamik das liegt bei 110 3 91 und wenn wir da drüber laufen dann haben wir nämlich nicht nur einen bullischen ausbruch aus diesem dreieck sondern wir haben dann einen validen aufwärtstrend gebildet der durchaus potenzial nach oben hat und zwar nicht nur bis hier auf die 110 8 1 0 sondern auch noch deutlich weiter nach drüben wir haben hier in diesem bereich um die marke von 112 ja dann auch den nächsten anlaufpunkt zur oberseite hin das ist hier ganz klar aber auch hier bitte 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 beachten die unterseite brechen wir nach unten durch haben wir nämlich die problematik dass wir hier dann diesen support bereich hier also das aktuelle tief um die 109 1 42 in angriff nehmen und wenn wir da dann drunter brechen dann haben wir nach diesem starken aufwärtsschub plötzlich wieder einen abwärtstrend am laufen auch hier an dieser stelle ein kleines sage ich mal level was man unten auf der uhr haben kann das wäre dieser bereich hier ganz knapp um die marke von 109 was haben wir hier knappe drei liegen wenn der ausbruch nach unten kommen sollte wäre das der erste anlaufbereich und dann hier schon der support und wie schon gesagt wenn es dort drüber läuft das wäre dann wieder der mittelfristige ausblick nach unten hin dann müssen wir uns nach unten sortieren und wenn wir uns nach unten sortieren wollen dann haben wir hier ein paar marken wo wir gesehen haben innerhalb dieser aufstiegs dynamik gab es unterstützungsbereiche und die gucken wir uns jetzt nochmal in der stunde an weil auch hier sehen wir wieder mal sehr sehr schön den aufwärtsschub und da wir ja auf tagesbasis keinen trend gesehen haben sehen wir ihn hier in der stunde also hier auch wieder das zusammenspiel der trendgrößen in zwei verschiedenen zeiteinheiten und hier haben wir gesehen wie schön der markt nach oben trendet in diesem bereich also hier immer bewegungen korrekturen und so weiter und so fort und zwei wirklich markante level die wir hier auf der seite haben oder besser drei hätten wir dann beispielsweise hier an dieser stelle um die marke von 108 4 hier unten bei 107 7 oder dann hier unten bei 107 1 das wären definitiv anlaufpunkte auf diesem bereich auch hier den habe ich vergessen einzuzeichnen also hier gibt es den zwischendrin noch hier auch hier ein tief ein korrektur tief was wir hatten um die marke von 108 knapp 1 das hier an dieser stelle da haben wir einiges am potenzial zur unterseite was wir gut zur planung nutzen können und wie schon gesagt der markt wird es hier an dieser stelle uns zeigen wo er lang will also entweder er macht hier wirklich im kleinen bereich also hier ich zeichne das mal ganz kurz ein das mache ich mal magenta farben dass wir sehen können entweder er trendet aus dem dreieck nach oben ja oder nach unten und das werden wir sehen an dieser stelle das heißt das was wir jetzt hier haben ist erst einmal hier wir sehen es wir haben hier natürlich durch diese ansteigenden tiefs den den schub von unten nach oben auch mit zu sehen und wenn wir hier tatsächlich nicht nur drüber lupfen sondern tatsächlich drüber laufen dann haben wir hier im kleinen den aufwärtstrend an dieser stelle und das wäre dann sehr sehr interessant zur oberseite hin passiert das nicht prallen wir von hier ab das heißt wir machen hier kein höheres hoch sondern laufen nach unten dann ist die gefahr da dass wir halt hier einen abwärtstrend machen und der steuert dann wie schon gesagt dieses kleine support level an und hat dann die chance nach unten zu laufen also wir müssen auch hier einfach nur hinschauen was der markt macht und dann dem ganzen folgen an dieser stelle hier im schweizer franken japanischen jen so dann schaue ich mal ganz kurz in die fragefelder rein eine frage haben wir schon gehabt und zwar ist das die frage zum us dollar euro us dollar und den gucken wir uns jetzt gleich auch mal an gesehen ja wir haben ihn auch hier an dieser stelle in meinem portfolio ist der trade mittlerweile auch getriggert wir sind hier in dieser woche ja auch in die wirklich schöne situation gekommen uns den tageschat mal anzuschauen und den haben wir doch toll analysiert oder ich freue mich immer drüber wenn wir hier zusammen morgens den markt analysieren und der genau das macht was wir uns wünschen und ich habe ja schon war das letzte woche ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern aber als die umkehr kerze auf wochenbasis kam hier unten da hatte ich ja schon skizziert was mein persönliches wunschszenario wäre und manchmal macht der markt auch das was wir uns wünschen ich hatte damals gesagt der rücksetzer auf der woche hier ich gehe mal kurz auf den wochenchart den wir hier gesehen haben hier das war der rücksetzer da hatte ich gesagt okay wünschenswert wäre jetzt ein rücklauf und dann aus dem rücklauf nach unten und auf tagesbasis einen abwärtstrend bilden das war mein wunsch wichtig war aber eins die kerze musste bestätigt werden hier auf wochenbasis und das war der punkt hier wo ich diese dicke linie gezeichnet habe also das wochentief bei 1 10 7 31 da muss die bestätigung kommen dass wir tatsächlich unten drunter wollen und das ist jetzt auch gekommen und da haben wir diese woche gesprochen nämlich den rücklauf den wir hier oder den ich gerne sehen wollte der kam dann auch und der hat genau hier oben rum gedreht und hier hatten wir diese umkehr kerze an dieser stelle hat der markt angefangen in der stunde nach unten zu trenden und das konnten wir sehr sehr schön nutzen um hier den ersten trade in die short richtung reinzusetzen nämlich erst einmal in die richtung gehend hier unten rein den abwärtstrend zu bilden das heißt da konnten wir sehr sehr schön auch die stunde nutzen um anlaufpunkte zu finden hier schaut euch an ich suche mal kurz etwas kleiner zusammen hier hat der markt dann wirklich angefangen den abwärtstrend nach unten zu machen und hier haben wir halt die level auf der stundenbasis gehabt und die sind schön auch abgearbeitet wurden und jetzt haben wir hier halt in der kleinen zeiteinheit einen nach unten laufenden validen trend das heißt die bewegung auf tagesbasis die läuft hier momentan sehr sehr schön weiter und dieser trend auf tagesbasis der hat jetzt durchaus auch potenzial die woche weiter nach unten zu bringen das heißt hier haben wir ja wir blicken noch mal kurz in den wochenchart rein hier haben wir im wochenchart sozusagen hier die gegenbewegung gehabt und wenn das ganze jetzt rumdreht dann haben wir hier im verlauf des ganzen erst einmal hier das tief dieser woche hier liegen das haben wir liegen bei wo liegt es ich gucke kurz rein mal bei knapp 1 10 wenn das unterschritten wird dann haben wir hier die weiteren wochentiefs als anlaufpunkte sofern sich der markt schön an das hält was wir hier unten sehen das heißt hier läuft es wieder in richtung jahrestief und wir geben dem markt einfach mal die chance zu laufen mal sehen wo er uns hin tragen wird auf alle fälle hier die umkehr ist ja mal geglückt und im kurzfristigen bereich konnte man den ersten schub ja schon sehr sehr schön nach unten auch mitnehmen das zum euro us dollar jetzt gehen wir weiter in das was diese woche passiert ist das heißt wir schauen uns gleich die großen indizes an zuvor allerdings noch einmal die nachrichtenseite das heißt wir schauen uns jetzt mal an was diese woche an nachrichten kam so viel war es ja nicht der montag war interessant zu sehen der einkaufsmanagerindex für das verarbeitende gewerbe in deutschland ist besser ausgefallen als das was wir hier erwartet haben dann gab es am dienstag den einkaufsmanager in den index in den usa hier für die dienstleistung auch der ist besser ausgefallen als erwartet also auch das ein positives zeichen hier für die us wirtschaft die jolts also die offenen stellen haben ein bisschen enttäuscht das war minimal tiefer als das was erwartet worden ist die öl die rohöl lagerbestände allerdings die haben deutlich zugelegt also da war mehr im tank als das ganze erwartet wurde das mal so die nachrichten hiervon aber die nachricht der aktuellen woche ja muss ich sagen war ganz klar china und die usa und zwar wurde gesagt dass es möglicherweise ja bitte auf das würdigen achten möglicherweise zu einer schrittweisen reduzierungen der handelszölle auf beiden seiten kommt wenn ein vertragspapier unterschrieben wird so da ist der markt durch die decke gegangen nach oben gesprungen der hat das würdigen wenn einfach mal ignoriert und das ist interessant zu sehen nämlich immer dann wenn wir etwas negative meldungen gesehen haben von den sag ich mal von diesem thema handelsstreit dann hat der markt an dieser stelle wesentlich weniger nach unten reagiert als das was wir als hoffnung jetzt gesehen haben dass der markt nach oben läuft die hoffnung hat also momentan deutlich mehr reaktion an den märkten gezogen als das die gegenseite gezogen hat wahrscheinlich war da auch ein bisschen hoffen da dass die sich schon irgendwann einigen werden aber nichtsdestotrotz es ist etwas mit hohem hohem markt beachtungswert und das schauen wir uns jetzt auch mal im dax an hier im dax gibt es eigentlich momentan nicht wirklich viel neues das heißt ich gehe im dax mal eben auf die woche wir sehen es der markt weiterhin schön am steigen wir haben den wichtigen widerstand hier oben rausgenommen bei 13.205 zähler also die marke von 13.200 punkten die ist jetzt wirklich auch in angriff genommen worden und aktuell ist der markt hat auch drüber gelaufen wir sehen es momentan steht der dax bei 13.258 zählern nächster blick hier oben rein die knapp ja oder was heißt knapp wir haben ja das jahres hoch hier oben liegen wir können es ja genau beziffern hier im chart ist es ersichtlich bei 13.596 zählern da haben wir das hoch oben liegen also knapp unter der 13.600 punkte marke und das wäre jetzt mal ein bereich den man hier an sehr anstelle oben rein antesten können ob der markt das direkt macht oder vorher nochmal pausiert das weiß man natürlich nicht an dieser stelle auch von sag ich mal meiner erfahrung her ist es häufig so dass wenn wir wirklich so weit laufende bewegungen haben wie wir das hier gehabt haben wir müssen es ja nur mal ganz kurz ausmessen dazu zoome ich mal ganz kurz rein wenn wir mal sehen hier habe ich ja mal diesen trendigen verlauf reingezeichnet und wenn wir jetzt an dieser stelle einfach mal hier die korrektur tiefe ganz grob ausmessen und das mal oben dran setzen dann sehen wir an dieser stelle wir haben schon eine bewegung die doch deutlich nach oben raus gelaufen ist und das bringt uns halt irgendwann dahin dass ja sag ich mal die wahrscheinlichkeit größer wird dass wir einen rücksetzer sehen ja und wir gucken uns jetzt hier den wochenchart an und so ein rücksetzer der kann natürlich kommen wann er kommt keine ahnung ob er kommt keine ahnung nur man muss es im blick haben das heißt an dieser stelle sollten jetzt wirklich einfach durchlaufen bis zum allzeithoch hier dann würde ich mal aus meiner erfahrung heraus mutmaßen dass wir nicht einfach so übers hoch drüber laufen sondern dass wir nochmal am hoch oder kurz über dem hoch einen rücksetzer sehen und dann nach oben laufen holt der markt aber vorher luft dann haben wir eine gute chance ordentlich nach oben zu steigen also das heißt das werden wir hier in nächsten tagen oder wochen sehen wie der markt sich entscheidet und wenn wir das ganze hier auch mal auf tagesbasis anschauen schaut mal wir sind einfach durchgelaufen hier gab es mal einen kleinen durchatmer für ein paar tage hier gab es einen kleinen durchatmer also das sind gesunde korrekturen die wir haben das heißt die bewegung ist hier weiter intakt aber auch hier man sieht es ist halt einfach weit gelaufen und ein rücksetzer wäre hier ohne weiteres möglich wenn wir uns hier dann mal eine charttechnische marke suchen wollen wo es ranläuft hier unten 12.785 das ist mal ein gesunder punkt wo es ohne weiteres auch reingehen könnte ohne diesen bewegungstrend hier zu zerbrechen aber es wäre eine gesunde korrektur an dieser stelle wir lassen uns mal überraschen was es kommt auf alle fälle hier die fähnchen sag ich mal wedeln im wind in richtung der bullen das ganze blicken wir uns jetzt noch am us markt an auch dort sehen wir wirklich schöne allzeithochs und da sehen wir hier im s&p 500 auch eine änderung des verhaltens das heißt hier wurde nicht abverkauft am allzeithoch sondern wirklich hier geht der markt oben rein hier gab es dann auch immer mal noch so ein bisschen test dieser phase und was wir hier sehen anders als im dax wir haben hier unter dem allzeithoch etwas verharrt das heißt etwas luft geholt an dieser stelle und dann haben wir durch gestartet und das ist halt eher ein verhalten was darauf schließen lässt dass wir wirklich die chance haben oben drüber zu laufen und das hat der markt uns hier gezeigt also auch hier das ganze schön bullisch momentan auch hier an dieser stelle sehen wir momentan es geht nicht so richtig voran ein rücksetzer wäre auch hier eine sache die durchaus drin wäre aber das große bild wie schon sagt weiterhin schön aufwärts gerichtet also die herbst rallye wie man sie so schön hat ist hier im vollen gange schauen wir uns das ganze mal im dow jones an da ist es genau das gleiche bild hier oben schön rüber gelaufen mit schmack es oben drüber da kam wirklich der sprung erst mal hier kurz gemütlich drüber gelaufen übers allzeithoch etwas verharrt und dann kam die china meldung und das an dieser stelle hat wirklich den schub nach oben gegeben jetzt konsolidieren wir hier ein bisschen mal schauen fortsetzen wird sich das ganze wenn wir oben drüber laufen ich bin mal gespannt was wir wenn es korrektur gibt für korrekturmuster bekommen das halte ich auf alle fälle im blick und wir sprechen hier drüber damit wir auch hier die chancen fürs aktive trading mit nutzen können und damit schauen wir uns noch mal den technologie sektor an hier us tech und da gleiches bild allerdings auch hier schön zu sehen es trendet ein bisschen ich nehme das mal ganz kurz hier mit rein also wir haben hier den schub gesehen wir haben ein bisschen was an korrektur gesehen und dann läuft es jetzt schön nach oben weiter also auch hier gibt es auch immer mal gesunde rücksetzer wo der markt einfach mal so ein bisschen verharrt und dann durchschrebt und ähnliches sehen wir jetzt hier auch auf hohem niveau das heißt wenn wir uns das ganze anschauen sehen wir auch hier eine schöne starke aufwärtsbewegung diejenigen die sich jetzt sagen mensch was erkenne ich denn jetzt ob ich runter oder hoch treten sollte weil wir sehen ja in den in den in den ich sag ich mal foren oder auf facebook oder wo auch immer man schaut man sieht ja immer mal stimmen die märkte sind so heiß laufen die müssen einfach runter gehen wenn wir uns mal den 4 und greed index anschauen der ist auch im extrem euphorischen bereich da kommen ja moment oder normalerweise kommen da irgendwo die rücksetzer aber momentan gibt es halt noch keine anzeichen dafür dass wir wirklich nach unten laufen ein bisschen schwäche sehen wir hier an dieser stelle aber es ist so dass der markt momentan nicht so richtig reingeht aber was wir sehen und das ist etwas wo ich sage das ist immer schön zu sehen und zwar wenn wir sehen dass diese bewegungen oben anfangen etwas abzuflachen dort könnte sich durchaus jetzt die ein oder andere situation ergeben was hier nach oben führen kann und zwar ich zeige mal worauf ich da achte und zwar schauen wir uns jetzt einfach mal hier den letzten trendschub nach oben an das heißt wir sind ja hier ich zeige euch das mal ganz kurz hier an dieser stelle da muss ich mal eben das hier etwas zurücknehmen also wir sind jetzt bis hier oben reingelaufen also hier auch schön diesen schwung gehabt dann haben wir hier eine korrektur gesehen das ist jetzt wie schon gesagt der stundenschart dann sind wir hier ins hoch gegangen so und jetzt ist die sache wenn wir hier unten drunter laufen das ist für mich der trigger dass wir in die korrektur reingehen und das was wir hier sehen muss dann quasi so ausschauen dass wir wirklich in irgendeiner art und weise hier drunter laufen und einen trend nach unten bilden das heißt beispielsweise hier wenn wir jetzt mal die bewegung hier nach unten nehmen das skizziere ich jetzt mal nach oben und der markt dreht vor diesem hoch hier um optimalerweise und macht dann das dann haben wir einen erstmal validen gegentrend und wenn der hier drunter führt also dieser valide gegentrend ist erst einmal ein zeichen von schwäche weil wir hier oben nicht drüber gekommen sind und dieser valide gegentrend der hat dann das potenzial dieses trend tief hier unten rauszunehmen und wenn wir dann nach unten laufen dann haben wir halt die korrektur und anlaufpunkte sehen wir dann auch wie schon gesagt auf tagesbasis habe ich das ja gezeigt möglicherweise hier ich sage da immer wirklich möglicherweise weil ich ja keine ahnung habe wo der markt hinläuft wir können hier nur wahrscheinlichkeiten raussuchen und hier habe ich mal mein präferiertes set up für die korrektur auch mit eingezeichnet das bitte nicht als handlungsaufforderung verstehen das ist nur was ich machen würde mike seidel das ist das worauf ich achte wenn ich sage jetzt geht die korrektur für mich los das ist dann der punkt den ich persönlich betrachte ja an der stelle es ist keine verkaufsempfehlung also wenn es dann nach unten geht in die korrektur herein hier haben wir einen anlaufpunkt hier haben wir einen anlaufpunkt und wenn wir uns das ganze mal auf tagesbasis noch anschauen möchten ohne weiteres auch hier unten also an diesem tief und dann natürlich ist das hier auch das level als wir über das allzeithoch drüber gelaufen sind das wären gut und gerne marken wo der markt immer mal ranläuft innerhalb einer korrektur also das mal so ein bisschen reingezoomt hier sozusagen in das was im nasdaq 100 grad los ist und ein bisschen auch hier ein blick von mir wie ich da entsprechend mit rangehe hier an dieser stelle die handelsideen und der blick in die großen märkte jetzt schaue ich noch mal rein ob wir fragen dazu haben da sehe ich jetzt an dieser stelle nix das heißt an dem punkt machen wir im text weiter das heißt wir schauen jetzt mal noch auf das was nächste woche an wichtigen terminen kommt und hoppala wir sehen es gibt nicht nur wirtschaftstermine die nächste woche wichtig sind sondern ich lade jeden ein kommt zur WOT kommt am stand vom tic mit vorbei wir haben richtig geniale vorträge wir haben coole redner wir haben beispielsweise auch den einen der bekanntesten daytrader in deutschland da das ist der bitte entschuldigt der Giovanni Ciccivelli ist auch wieder mit dabei also dickes volles vortragsprogramm hier der martin kirsch natürlich auch der guckt ja heute auch mit zu kommt vorbei wir sind auf der WOT Tickmill ist auf der WOT Stand 13 15. bis 16. November volles Programm da freue ich mich auch schon drauf also rein noch Ticket bestellen kostet nix und dabei sein wunderbar und dann haben wir natürlich auch noch ein paar Termine im kalender stehen heißt hier für die nächste woche gibt es den ZEW Konjunkturdaten das heißt am Dienstag ZEW Konjunkturerwartungen Mittwoch kriegen wir aus den USA das Thema Inflation also der Verbraucherpreisindex Paul spricht am Mittwoch am Donnerstag gibt es aus China Daten zur Industrieproduktion wir kriegen das BIP aus Deutschland und die Erzeugerpreise aus den USA und am Freitag gibt es aus den USA den Verbraucherpreisindex die ein nein aus der Eurozone so rum den Verbraucherpreisindex und am Nachmittag dann die US Einzelhandelsumsätze das die wichtigsten Fakten für die nächste Woche und dann an dieser Stelle hier der Fakt ist da wir gucken wo es läuft wir gucken was die Märkte bewegt und machen dann wie immer erst die Nachricht dann der Markt dann wir ja Andreas keine Sorge ich habe mich nur einmal selber verschluckt noch bin ich nicht krank jetzt geht es weiter hier mit dem Thema im edukativen Part wir haben vor zwei Wochen drüber gesprochen im Teil Daytrading da haben wir ja den Fakt gehabt dass wir gesagt haben bin ich denn überhaupt fürs Daytrading geeignet und da habe ich einfach mal so ein paar Rahmendaten gesprochen die für Trader sehr sehr wichtig sind nicht nur für Daytrader natürlich auch für alle anderen die an den Märkten handeln aber ich weiß ja hier schauen viele viele Trader auch zu die gerne im kurzfristigen Bereich agieren einfach weil es dort schnell zu ergeben und das Ganze hier deswegen ein bisschen auf das Daytrading mit abgestimmt und da sind wir an der Stelle stehen geblieben wo wir einfach gesagt haben okay der Starter im Trading der weiß jetzt woraus ankommt aber der Fakt war ja auch gewesen viele 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 Trader kommen einfach nicht in die Situation dass sie nachhaltig Gewinne erwirtschaften wir sehen es ja hier an dieser Stelle auch immer im Risikohinweis aktuell 72% der Privatanleger konnten verlieren Geld das zeigt uns einfach dass wir Geld verdienen können es gibt ja Leute die verdienen Geld und dann gibt es viele viele Menschen die kommen nicht so richtig dort sag ich mal in die Stelle rein wo sie Geld verdienen aber man kann das ja lernen nur der Punkt ist einfach der ich habe es hier geschrieben das zählt für Anfänger hier steht blau auf weiß sie haben keine Chance zu gewinnen denn sie wissen nicht was sie tun hier steht auch der Weg ist steil aber erlohnt und das stimmt alles so wie es hier steht eins zu eins weil es liegt einfach da dran man weiß nicht was man tut weil man es erst noch lernen muss es ist ja wie in einer Ausbildung da weiß man am Anfang auch noch nicht alles aber dann am Ende funktioniert es trotzdem weil man weiß dann was man tut und das ist das was wir heute an dieser Stelle auch etwas beleuchten das heißt hier gehen wir jetzt in den zweiten Teil dieser Ausbildung auch mit rein das heißt des edukativen Teils den wir hier an dieser Stelle machen